Dann gucken wir uns doch mal den Turm da an, nachdem wir erstmal diesen Geschwindigkeitstrank getrunken haben, den wir wohl unterwegs irgendwo gefunden haben. Und ein Geschwindigkeitstrank. So, jetzt sind wir gut vorbereitet. Der Turm sieht ein bisschen so aus wie der von Xardas, mit diesen großen Stacheln an der Seite. Oh, und da haben wir wieder so einen Schamanen. Mal gucken, was er hier zu sagen hat. Wahrscheinlich nur wieder irgendwas über den Schläfer. Umkehren musst du hier. Niemand darf die Ruhe meines Meisters stören. Irrtum. Dein Schläfer wird schon bald hellwach sein. Und er läuft weg. Verdammt. Ich bewirke nicht den geringsten Schaden. Ich brauche eine andere... Nun wirst du sterben. Nichts wie weg hier. Gar nicht gut, gar nicht gut. Lauf! Wirkt irgendeine üble Magie auf uns? Ganz, ganz schnell weg. Nicht eng bleiben, nicht umdrehen. Einfach nur laufen. Diesen neue Dämonen. Gar nicht gut. Ist er noch hinter uns her? Das war garstig. Unsere Waffe schien gar keinen Schaden bei dem zu machen. Dann werden wir uns wohl nach einer anderen umsehen müssen. Oder nach irgendeinem Zauber. Obwohl. In dem Tagebuch stand doch etwas von einem Schwert, das die Orks fürchten. Das werden wir da wohl zuerst finden müssen. Nachdem wir uns erstmal schön wieder hochgeheilt haben. Also in der Richtung geht es schon mal nicht weiter. Da waren wir auch schon. Hier die Nischen haben wir auch alle durchsucht. Und hier auch, ja. Wo waren wir denn jetzt noch nicht? Irgendwo muss das Schwert hier liegen. Also im Tagebuch stand, dass in der Vorhalle oder etwas ähnlich klingendem das Schwert zu finden sei. Ist das hier eine Vorhalle? Ne. Da ging es runter zu dem Lavasee. Wo auch so eine Art Tempel drin war. Das wäre ja auch ein würdiger Platz für so ein Schwert, oder? Aber da kamen wir nicht rein. Oh, Stacheln, Stacheln. Au, au, au. Hinten ist wieder ein Zombie. So, jetzt schnell durch. Dich neunterschlagen. Oh, das war auch wieder viel zu knapp. Das schien noch ein bisschen stärker zu sein als die anderen. Aber das könnte auch Einbildung gewesen sein. Die sind alle recht stark, wenn sie denn mal zum Schlagen kommen. So. Da scheint wirklich eine Art Brücke zu sein. Aber wie kriegen wir die ausgefahren? Hm. Na gut. Kümmern wir uns erst mal um das Wichtigste. Die ganzen Orks hier zu töten. Ah, genau so sind wir das eher gewöhnt. An den da kommen wir nicht ran. Aber an den hier. Schön mit dem Rücken zu uns. So ist das richtig. Und dann wird hier wohl irgendwo ein Schalter sein. Und Dämonen. Na gut. Da war eben nur noch einer. Jo. Und richtig schön groß in der Mitte des Raumes platziert ein Schalter. Der wird doch bestimmt für die Brücke sein. Irgendwelche Anzeichen für eine Falle? Nee. Nee. Keine Stacheln. Keine großartigen Platten, die runtergefahren werden. Also drücken wir ihn doch einfach mal. Hm. Wir hören nichts. Da kann man in den Tempel schon mal reingucken. Aber wir sind zu hoch. Na gut. Gucken wir in den Raum da hinten rein. Vielleicht ist da ja noch ein Schalter. Axt sollten wir schon mal parat nehmen. Denn da ist schon wieder der nächste Zombie Ork. Und er merkt nichts. Doch. Hier zieht er uns. Na komm. Versuchen zu treffen. Au. So. Jo. Da ist noch ein Schalter und noch mehr Dämonen. Sehr schön. Dann kriegen wir mit dem hoffentlich die Brücke hoch. Können dann in den Tempel da rein. Etwas glücklich das Schwert da. Und dann können wir nochmal probieren. in diesen obersten Schamanen anzugehen. Obwohl. Der war ganz schön garstig. Vielleicht sollten wir erst mal Suxalas zurückgehen und Bericht erstatten. Hm. Immer noch nichts passiert. Das ist jetzt komisch. Oder wir haben es einfach nicht gehört. Gibt es ja vielleicht noch einen dritten Bereich. Ja. Da hinten ist noch eine Tür. Die Geschwindigkeitsträckchen gehen langsam zur Neige. Sollten wir uns jedenfalls auch aufstocken. Gehen wir zu Xardas und fragen nach? Oder versuchen wir das hier möglichst schnell zu erledigen? Denn wenn wir uns erst mal zu Xardas teleportieren, haben die Orks ja hier Zeit, sich neu zu formieren. Das wäre nicht so gut. Das wäre nicht so gut. Aber es wäre auch nicht gut, wenn wir einfach so auf den Hohepriester zustürmen und dann einfach sterben. Weil die Waffe es doch nicht war. Und da hören wir doch was. Sehr schön. Jetzt müssen wir nur vorsichtig sein, denn da drin wird bestimmt irgendwas Garstiges sein, was das Schwert bewacht. Vielleicht irgendein größerer Dämon. Oder noch einer von den Schamanen. Können wir jetzt irgendwo abkürzen oder müssen wir den ganzen Weg zurück? Wir könnten wohl versuchen abzukürzen. Aber unser Leben ist uns doch ein wenig zu wertvoll. Weil wir risikofreudiger wären, dann hätten wir auch versuchen können, einfach hier über den Lavasee rüber zu springen. Denn es gab ein paar höhere Stellen, von denen hätten wir vermutlich rüber springen können. So athletisch wie wir sind. Aber man hat nur ein Leben. Das sollte man nicht vergolden. Und wir haben ja auch einen wichtigen Auftrag. Von uns hängt viel ab. So, da ist die Brücke. Speichern wir mal kurz ab. 92, so. Zuck mich schon mal und sagst. Denn wir wissen auf jeden Fall, dass ein Ork-Zombie vorne am Tor Wache schiebt. Genau du. Ja, und da hinten ist noch so ein Priester. Oh. Und ich hätte schwören können, ich habe da gerade Stacheln gesehen. Ja, haha, Stacheln gesehen. Hm. Na gut, Vorbereitung ist alles. Erstmal Heiltränke trinken. Dann könnten wir versuchen, über die Stacheln rüber zu springen. Aber dem Skelett danach zu urteilen, kommen auch aus den Seiten Stacheln raus und würden uns vielleicht in der Luft noch erwischen. Gucken wir es lieber um, ob es irgendwo noch einen anderen Eingang gibt. Wir haben ja von da hinten aus ein Fenster gesehen. Vielleicht kann man da irgendwo einsteigen. Oh, das gibt einfach ein Hintertor. Bisher sieht das aber nicht gut aus. Wird es wohl doch nur das eine Fenster geben. Hoffen wir mal, dass wir da rankommen, denn es war ziemlich hoch. Ja, hier ist ein Stein praktischerweise. Gut, gut. Also, darauf. Schön festhalten. Darauf, genau. Das wird dann wohl das Schwert sein, dass die Orks fürchten. Was machen wir mit ihm? Wir könnten es so probieren. Oder wir beschwören Skelette. Aber hier auf dem Simp ist das zu eng für die. Machen wir es einfach so. Auf die altmodische Methode. Also. Was hast du dabei? Wieder so ein Schwert, ein Stab. Aber das Schwert interessiert uns hier viel mehr als seine Sachen. Wenn wir da jetzt nur irgendwie rankommen würden. Das ist irgendwie gesichert. Noch ein Trick der Orks. Vielleicht ist da so eine Art Schutzzauber drumherum. Das ist irgendwie... Ah, von hier scheinen wir durchgreifen zu können. Sehr schön. Gucken wir uns das gleich mal an. Na, wo hat sich das Ding versteckt? Ah, das scheint nicht zu gebrauchen zu sein. Das ist ja komisch. Ja, wir sollten definitiv erst zu Xalas gehen und fragen, was es damit auf sich hat. Denn so bringt uns das Ding jetzt gar nichts. Also die Frage, können wir direkt von hier teleportieren? Probieren wir es einfach mal aus. Wir würden gerne zum Dämonenbeschwörer. Dämonenbeschwörer. Nee, können wir nicht. Können wir vielleicht zu den Wassermagiern. Auch nicht. Jetzt haben wir ein Problem. Ah, ja. Erstmal, dass wir gleich fast in die Stacheln gelaufen wären. Und dass wir hier nicht rauskommen. Das heißt, wir müssen jetzt ganz durch die Orkstadt durchlaufen. Das kann doch nicht sein. Vielleicht müssen wir nur in einen anderen Bereich. Also direkt aus diesem Tempel hier raus. Und dann oben vor dem Tor. Den Teleportzauber sprechen. Also dass wir nicht ganz durch die Stadt durchlaufen müssen, sondern einfach nur aus dem Tempel hier raus. Und bevor die eigentlichen ersten lebendigen Orks kommen, versuchen wir den Spruch nochmal zu sprechen. Und Mama brauchen wir auch noch. Da müssen wir jetzt mit dem Weg wieder rausfinden. Das war ja doch eine ganz schöne Ecke. Man konnte darum oder darum nehmen wir doch lieber mal den sicheren Weg. Ja, ja, sicher ist relativ mit den ganzen Stacheln hier. So. Dann links rum war das. Hier war da eine Wächter vom Sumpflager. Oh, da kommst du denn her. Noch mehr Platz für Wolf. Da können wir übrigens auch vorbeischauen. Wo wir gerade dabei sind, uns richtig vorzubereiten. Und wir haben hier immer noch... Muss wir das? Und wir haben hier auch noch ein Rätsel, das darauf wartet, gelöst zu werden. Wie kommen wir jetzt wieder zurück? Hier lang, oder? Ja. Durch das Minecrawler-Nest durch. Wo inzwischen auch wieder jede Menge Minecrawler sind. Ja, ja. Wir waren schon ziemlich lange nicht hier drin. Die ganzen Biester konnten sich wieder verbreitern. Äh, da wollen wir nicht unbedingt durch. Wir wollen zum Haupteingang. Das sieht doch... Boah, gefährlich aus. Gut, dass der andere nicht mitgekommen ist. Na komm. Versuchen zu treffen. Die sind echt geschickt dafür, dass die untot sind. Ah, komm. Wir wollen nur einen Schlag von mir parieren und dann gleich wieder zuschlagen. Das kann doch nicht sein, doofes Skelett. Na also. Ja, das wird kein Zuckerschlecken. Also erstmal hier wieder rauszukommen bei den ganzen Orks vorbei und dann später nochmal hier rein zu laufen. Da wäre uns wahrscheinlich wirklich mit der ganzen Stadt anlegen müssen. Was ja nicht unbedingt ein Problem ist, aber... Es hält uns schon ziemlich auf. Und wir wissen nicht, wie viel Zeit wir haben, bis der Schläfer erwacht. So, oh, noch mehr von denen. Das sind ja richtig, richtig viele geworden inzwischen. Da kommt gleich noch so ein fieses Skelett. Ah, na also. Du musst nur den richtigen Schwung haben. Kriegen wir dich einzeln. Sicherheitshalber ist man nur eine Geschwindigkeitstreibung, damit wir einfach ganz schnell hier rauslaufen können. Wenn alle Stricke reißen. Komm mal her. Ach, was soll's. Oh, da verschwört wieder jemand Skelette. Gar nicht gut. So, ein Ork ist da hinten noch mitten im Weg. Da unten links ist auch noch einer. Ah, wenn der Schläfer erwacht, werden die ganzen Leute hier wahrscheinlich wesentlich aktiver werden. Also momentan scheinen die Zombies wirklich nicht bei Kräften zu sein. Die reagieren ja kaum auf ihre Umwelt. Wenn der Schläfer erwacht, wird das sich alles ändern. Da werden wir richtig Probleme bekommen. Na gut, den da unten, die legen wir doch schnell. Und ich auch noch. So. Und jetzt speichern wir erstmal ab. LP 93 93 93 93 93 93 93